Was ist denn hier los? Wir wollen gerade mit ihm raus. Ich glaube, der muss. Ich rieche nichts. Der war auch erst vor einer Stunde. Das Handy ist weg. Was wird das denn jetzt? Hunde müssen von Milch kotzen, habe ich mal gelesen. Komm her, komm her. So, mein Dicker. Und jetzt schleusen auf. Los. Komm. Was zum Teufel macht ihr mit Dakota? Bis zum Teufel.